Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Endlich, das lange Warten hat ein Ende. Gut vier Tage lang hat es nun gedauert, wo die Handelsplätze geschlossen waren und ich habe mich schon sehr darauf gefreut und war sehr gespannt, was passiert wird. Ich war mir sicher, es wird sehr bewegend auf den Märkten und genau so ist es letztendlich auch gekommen. Der Tag war, wie erwartet, ein Up von fast einem Prozent bis hin zu einem Down von fast 0,7 Prozent, wieder einem Up. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergab und es ist nicht hochvolatil, also es ist jetzt nicht so, dass ich plus 10 Prozent oder minus 10 Prozent gemacht habe im Gesamten, aber im Einzelnen eben schon, was ich dir jetzt gleich zeigen werde. Was auch interessant ist, was ich dir eben so zeige, ich habe mich heute mal versucht mit Derivaten, sprich mit einem Open-End-Turbo-Knockout-Zertifikat und möchte dir gleich davon berichten, aber vielleicht alles mal der Reihe nach, denn wie du sehen kannst, habe ich hier auch Alibaba im Depot, allerdings jetzt nicht mit 12, oder 13 Prozent Verlust, sondern ich habe es mir heute Morgen günstig gekauft und habe Nikola, die wollte ich eigentlich verkaufen, ist gestiegen, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns vielleicht mal an, wie das heute begonnen hat. Dr. Höhnle, UV-Technik, wollte ich schon länger verkaufen, war heute ungefähr bei 3 Prozent im Plus. Ich habe mir ein Stopp-Limit gesetzt, einfach um an Geld zu kommen und leider hat es nicht ganz geklappt, dass es mit 3 Prozent verkauft wurde, sondern ich habe es dann irgendwie bei, sagen wir mal, 1,5 Prozent verkauft und so wurde es zu 0,5 Prozent. Also soll jetzt nicht heißen, dass ich verkaufe, sobald ich 1, 2, 3, 5 Euro im Plus bin, sondern ich mag es einfach nicht, wenn ich viel Geld als nicht investierten Betrag rumliegen habe und nehme dann gern so Aktien wie zum Beispiel Pfizer, die ich ganz gern kaufe, so zyklische Aktien oder sowieso wie Microsoft, wo langfristig steigt, die ich dann eben als kurzzeitige Anlage nehme, um dann, wenn es ein bisschen im Plus sind, das Geld zu nehmen, um andersweitig zu investieren. Geht natürlich nicht immer, kann natürlich auch schief gehen, klar, wenn jetzt alles im Minus ist, dann hast du so gesehen jetzt kein Geld, was du ohne potenziellen Verlust nehmen kannst. Aber in dem Fall, wie gesagt, 0,49 Prozent ist dann quasi so ganz nett und das nimmst du natürlich mit, auch wenn das jetzt nur hier, ich glaube, 13, 14 Euro waren netto. Genau, von dem Geld habe ich mir dann heute Alibaba gekauft. Alibaba, sehr interessant, wie ich finde, können wir uns mal angucken. Und zwar hier habe ich mir die heute dann gekauft oder beziehungsweise das erste heute mal gestiegen und uns gefallen. Ich meine, so chinesische Aktien Tencent, Alibaba, die haben seitens von Peking einen auf den Deckel bekommen. Ich möchte jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen und womit alles das zu tun hat, denn ich persönlich habe ja schon im älteren Video gesagt, dass ich es ein bisschen urwitzig finde, wenn man einfach als Kapitalist sein Geld in kommunistischen Unternehmen beziehungsweise in Unternehmen kommunistischer Länder anlegt. Also das heißt, ich bin, auch wenn das ein unglaubliches Potenzial ist aus dem Reich der Mitte, denn Chinesen, die sind sehr, also im Vergleich zu vielleicht noch 10, 15 Jahre einfach, eine, die haben ein ganz anderes Potenzial und Verständnis vom Unternehmertum. Und dennoch bin ich eher ein bisschen skeptisch, was chinesische Aktien angeht und habe da immer Angst, dass da vielleicht so eine Riegel vorgeschoben wird. Und ja, gerade das hat sich heute ein bisschen angedeutet. Nichtsdestotrotz ist die Aktie brutal gefallen bis auf 171 Runde und ich habe mir dann heute geholt für 177,47, also 14 Stück. Ich hätte natürlich auch sehr gerne gearbeitet mit Open-End Knockouts, also Turbo-Knockouts. Allerdings gibt es hier nur Optionsscheine, das ist dann eher nichts für mich, sodass ich dann eben jetzt mit einem Betrag von 2.500 Euro ungefähr eingestiegen bin. Steht er jetzt bei 63 Euro. Ich werde es jetzt natürlich erst laufen lassen noch ein bisschen. Ich werde die Situation ein bisschen verfolgen. Jetzt sind wir hier nur noch bei 60 Euro und dann einfach mal gucken, ob ich die dann verkaufe, wenn ich bei 100 Euro bin, um es dann wieder andersweit zu reinvestieren oder ob ich sage, hey, ich ziehe immer mit meinem Stop-Limit nach, sodass Alibaba, falls es wieder unerwartet fallen sollte, dass ich da vielleicht noch idealerweise mit einem Gewinn rausgehe. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem. langfristig wieder zurückzukommen. Und zwar hier waren wir ja auch schon mal bei, ich glaube, im Höchststand 200, ich meine sogar 277, dass das nicht ganz aktuell ist hier oder nicht ganz präzise. Und das ist natürlich dann hier so mein Ziel, mit der Aktie dann eben Gewinn zu machen. Ansonsten habe ich mich entschieden, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Investition ist, dass ich auch ein bisschen partizipieren möchte an dem Trend von Brennstoffzellenunternehmen oder Aktien von Brennstoffzellenunternehmen oder aber auch von zum Beispiel Wasserstoffunternehmen. Und da habe ich eben gesucht und es gab jetzt nicht viele, wo ich hätte mit eben Derivaten im Sinne von Open-End-Turbo-Knockouts investieren könnte. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Und zwar habe ich mir da einen für einen Kurs von 2,65 Euro und einem Hebel von 2,34 und einem Strike, also die Verlustgrenze quasi von 3,80 Euro Kurswert, einen Derivaten geholt und will es einfach ein bisschen laufen lassen und testen lassen. Also da habe ich jetzt nicht so viel Geld investiert, sinnigerweise natürlich. Das ist bei Derivaten natürlich bei professionellen Tradern, glaube ich, auch eher so, dass man da vielleicht so maximal ein Prozent einsetzt, weil da ist es eben natürlich spekulativer. Und wenn du gut bist, machst du sicherlich langfristig auch Gewinn. Aber da ist es natürlich so, dass es viel volatiler ist. Das heißt, du kannst mal eine Zeit lang viel mehr verlieren und musst da dementsprechend auch ein gutes Bankroll-Management haben. Und da ist, denke ich, auch ein Prozent schon ziemlich locker, vielleicht sogar eher 0,5 Prozent. Ich weiß nicht, ich bin jetzt da, wie gesagt, auch noch Anfänger und ich glaube aber jetzt so ein Einsatz von 154 Euro ist vielleicht sogar viel. Aber es geht ja darum, jetzt in erster Linie ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und wenn ich mir da jetzt halt mal 20 Euro oder mit 20 Euro Verlust oder 30 Euro Verlust die Finger verbrenne, dann sehe ich das als Lehrgeld. Und ja, wie das funktioniert im Großen und Ganzen, da mache ich auch gerne mal ein Video. Ich habe mich da jetzt auch relativ ausgiebig eingelesen zu. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ey, ich kenne mich da gut aus. Ich bin da drin jetzt so toll und so gut. Im Gegenteil, sondern ich bin vom Typ einer, der liest was. Er versteht ein bisschen was. Ein bisschen was versteht er nicht. Ich muss es machen. Ich muss einfach mal auf die Schnauze fallen. Hört sich blöd an. Aber du lernst halt Fahrrad fahren nicht, indem du liest in Büchern, sondern indem du wirklich fährst und dann vielleicht auch mal auf die Fresse fällst, wieder aufstehst und weißt, okay, so funktioniert es nicht und so funktioniert es. Und das ist eben wichtig zum Lernprozess. Und deswegen habe ich da auch keine Angst, da vielleicht auch mal Verluste zu fahren. Aber es ist einfach für mich mal ein Test. Ich meine, ich habe zum Beispiel ETFs getestet, weiß, das ist jetzt nichts für mich. Ich habe auch schon mal hier so Open-End-Turbo-Knockout-Zertifikate versucht. Bin auch schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen, muss ich geben. Habe mich jetzt aber nochmal mehr eingelesen. Und vielleicht ist es was für mich, vielleicht auch nicht. Und wie gesagt, ich finde es mega spannend und möchte da eben auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen in mein Depot. Ja, vielleicht, was ist heute noch passiert? Eine Bonuszahlung wieder erhalten, also von wem auch immer. Vielen lieben Dank, dass du dir die App runtergeladen hast. Ich finde es deswegen cool, weil nicht nur ich habe jetzt diese 15 Euro erhalten, sondern du eben auch. Also ich kann es hier nochmal zeigen. Wenn du jetzt dich anmelden willst, hast noch kein Trade-Republic-Konto und sagst einfach, geil, kostet nichts, die Aktie zu kaufen im Sparplan oder nur 1 Euro pro Trade, dann schau unter meinem Video als kleine Werbebotschaft gerade in dem Moment nach dem Link und lad es dir runter. Und sobald du eben das Depot angelegt hast und dein Geld überwiesen hast und eine Aktie gekauft hast, hast du die Möglichkeit, eben diese 15 Euro zu erhalten. Ja, gehen wir zurück. Was war noch spannend heute? Ja, genau. Gucken wir uns vielleicht mal von oben nach unten an. Salesforce ist jetzt nicht so spannend. Die lasse ich eben noch drin. Die werden langfristig wachsen. Grossoen ist ziemlich cool. Die werden nächstes Jahr ihren Durchbruch reinpacken, da bin ich mehr sicher. Haben am 2.11. noch 6 Euro gehabt an Wert, an Kurswert. Sind jetzt bei 9,85. Ja, steht für, ich sag jetzt mal, Elektromobilität an Flughäfen zum Beispiel oder aber auch an Häfen und so weiter. Alibaba habe ich dir jetzt erzählt, da bin ich jetzt drin. Genau, die werde ich jetzt vielleicht langfristig eher nicht halten, aber prinzipiell finde ich das Unternehmen gut. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen kritisch, was eben das Herkunftsland China angeht. Kavios ist heute am kommen, da bin ich jetzt aber am fragen, ob ich jetzt Kavios vielleicht demnächst auch wieder verkaufe. Die Überlegung ist einfach, wenn man sich den Monat mal anguckt, die Seitwärtsbewegung hat immer wieder Momente, wo mal der Kurs um mehrere Prozent, zum Beispiel hier, minus 4 bis plus 3 steigt und schwankt. Und ich glaube einfach, dass es in der Situation, weil Kavios langfristig mit Sicherheit steigen wird, sinnvoller ist, in den Seitwärtsbewegungen zu traden. Natürlich kann man auch sagen, langfristig, wenn man sich das mal anguckt, ist es schön gewachsen. Aber ich glaube einfach, dass durch diese Ups und Downs einer so noch jungen, ungefestigten Firma es klüger ist, zu traden. Das ist einfach so mein Gefühl und ob es jetzt so ist oder nicht, ich bin mir einfach sicher, egal was du machst, mit Kavios lässt sich Geld gewinnen. Aber wie gesagt, in dem Monat hättest du jetzt natürlich hier wenig profitiert, wenn du die Aktie nur gehalten hast. Wie du hier sehen kannst, nur 0,24 Prozent. Aber natürlich gab es auch andere Monate, da wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die einfach nur gehalten hätte. Und deswegen verkaufe ich die vielleicht, da bin ich jetzt auch bei 70 Euro ungefähr. Und genau, bin ich aber jetzt noch am überlegen, wie ich das mache. Ja, BioNTech, das ist natürlich ein Schock pur. Ich hatte mir die neulich nochmal nachgekauft, 30 Stück für 86,81 Euro. Also eins kann ich sagen, steht da jetzt mit 416 in der Kreide, 16 Prozent. Verkauf kommt nicht in Fragen, weil da steht ein großer Wert dahinter. Nicht nur, weil jetzt momentan in Europa geimpft wird und auch in Teilen Nordamerikas. Und weil jetzt Geld in die Kassen kommt, sondern auch, weil interessante weitere Bereiche, wie zum Beispiel in der Onkologie, glaube ich, groß geforscht wird. Und BioNTech da auch die Möglichkeit hat, langfristig tolle Produkte auf den Markt zu bringen. Und deswegen ist es für mich jetzt kein Schock, dass ich jetzt im Minus bin. Ich muss dazugeben, ich bin davon ausgegangen, dass es nochmal steigen wird nach der Zulassung von der EMA. Allerdings war das der Gegenteil der Fall. Alle impfen jetzt, BioNTech ist in aller Munde und die Aktie bricht so brutal ein. Aber der Punkt ist vermutlich einfach der, dass der Kurswert, also vorher zum Beispiel die dreistelligen Zahlen, einfach schon die ganzen möglichen Events der Zulassung durch die EMA, durch die Einnahmen und so weiter eingepreist hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ist das quasi einfach der aktuelle Wert nicht quasi mit der jetzigen Situation synchron, also zeitgleich. Und deshalb ist das halt mit BioNTech so. Aber wenn ich die jetzt verkaufen würde, wer weiß, ob der noch vielleicht zeitnah steigt. Und wenn nicht, wie gesagt, langfristig bin ich mir sicher, kommt es wieder. Und so viel kann ich auch schon sagen. Ich hatte bei meinen Anfängen mir da schon für damals, glaube ich, 45 Euro geholt und dann auch für knapp 100 verkauft. Ich glaube, ich habe 60 Stück oder so. Ich müsste nochmal in den alten Videos gucken. Und rein vom Gewinn her habe ich schon so viel mit BioNTech gewonnen. Selbst wenn ich da jetzt alles verlieren würde, was ich sehr unwahrscheinlich halte, weil ich nicht glaube, dass das Unternehmen jetzt irgendwann in den nächsten Jahren pleite geht. Selbst dann wäre ich noch im Plus. Aber wie gesagt, also verlieben darf man sich in eine Aktie nicht. Irgendwann muss man es schon hinterfragen. Aber jetzt momentan ist es 0,0 für mich eine Frage überhaupt, dass ich die Aktie verkaufe, weil da wirklich was dahinter steht. Und ich glaube, das ist jetzt einfach, Geduld ist ja jetzt ganz wichtig. Und jetzt kommt noch was ganz Witziges. Schauen wir uns mal Nikola heute an. Ich habe so viel geredet und auch in der Community geschrieben, dass Corona, Quatsch, Nikola, nicht Corona, dass Nikola prinzipiell eine scheiß Aktie ist. Denn mit Scheiße meine ich einfach, die Idee des Unternehmens, sprich Trucks herzustellen mit Elektromobilität, das ist fantastisch, das ist gut, das ist, was wir brauchen, das hat Potenzial. Die Visionen, die sind überragend. Aber Betrugs, Skandale um Betrug, dann geplatzte Deals und zwar noch und nöcher mit irgendwelchen potenziellen Partner oder Partnerschaften, das trägt halt alles nicht zur Glaubwürdigkeit bei. Und demnach kamen auch schon die ersten Stimmen von wegen, ja, hier Analysten sagen, verkaufen. Und ja, wie auch immer. Ich habe mir die Verkaufsorte heute angepasst auf 11 Euro, von 10,20 Euro auf 11 Euro. Ich wollte es auch verkaufen. Es war heute einfach schon so, dass ich gefallen bin auf 11,20. Und habe gesagt, weißt du was, das ist jetzt die Schmerzgrenze wieder 9,31 Prozent im Minus. Ich werde diese Scheiß-Aktie verkaufen. Wenn sie bei 11 ist, dann ist gut. Dann habe ich halt meine 45 Prozent Minus gemacht oder so. Oder so ungefähr, ich weiß gar nicht, oder 35. Und jetzt hat es ein Schlag gegeben heute Mittag. Und scheinbar ist das die Ursache. Ein Analyst, der JP Morgan, hat wohl gemeint, er sieht für Nikola im kommenden Jahr rosige Zeiten. Und er glaubt, da könne noch was gehen. Und deshalb ist die Aktie vermutlich gestiegen. Und die Amerikaner, wie du sehen kannst, sind sehr zuversichtlich. Und 5,64 Prozent, bin jetzt nur noch 542 im Minus. Ist natürlich überragend schlecht. Das ist beschissen. Aber wenn du siehst, woher ich gekommen bin und wenn ich jetzt auch noch den Stop Limit ein bisschen nachsetze, wird es vielleicht nicht ein so krasser Verlust. Und der Grund, warum ich halt auch in der Aktie noch drin geblieben, bin es genau das gewesen, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, vielleicht ist der innere Wert momentan noch nicht da. Denn viele Skandale, dann wie gesagt, geplatzte Partnerschaften. Und die haben ja noch nicht einmal ein Produkt auf den Markt gebracht zum Verkaufen. Aber damit soll jetzt im Januar eben begonnen werden. Da soll jetzt schon die erste Stätte in Ulm stattfinden in Deutschland, wo dann eben später, idealerweise, dann schon Ende des Jahres dann auch erstes Geld verdient wird. Kann natürlich utopisch sein, kann natürlich auch total in die Hose gehen. Aber was mir an der Aktie wirklich gut gefällt, sie ist wirklich, oder der Kurswert, der kann eben durch ein kleines Gerücht, wie so ein Funken, einen ganzen Strohhaufen, der mit Benzin gedrängt wurde, ist, Lichterlohn verlammen, bringen und eben zu einem Kursfeuerwerk führen. Und das ist eben auf das, was ich hoffe. Und wer weiß, vielleicht klappt es und ich bin dann im Plus und dann ab und weg mit der Aktie. Wie gesagt, abwarten, das Potenzial ist da, aber die Aktie muss unbedingt liefern, braucht unbedingt Erfolgsmomente. Denn wenn dann die Leute reinkommen, dann bin ich sicher, dann kann es eben auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber ein bisschen Pessimismus ist da natürlich da bei mir. Und deswegen sage ich, hey, ich werde nicht klammern an der Aktie und notfalls einfach eingestehen, dass ich mit der Aktie einen Griff in den Klo gemacht habe. So, in diesem Sinne, lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und schreib vielleicht in den Kommentaren, wie du zu den Aktien stehst und vielleicht auch, ob du schon Erfahrung hast mit Open-End-Turbo-Knockout-Zertifikaten oder anderen Derivaten. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, lass auch ein Abo da für künftig weitere Einblicke aus meinem Depot und vielleicht auch ein bisschen Smalltalk aus dem Nähkästchen, aus dem finanziellen meinerseits. In diesem Sinne, alles Gute. Danke, dass du zugeguckt hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal.